So, zu Gast bei Southampton. Ja, wir schauen uns kurz die Tabellenlage an. Southampton auf der 4, also Konkurrenz für uns. Auf einem internationalen Startplatz, da ist der 5. derzeit in Reichweite mit 6 Punkten noch immer. Ja. Wir wollen uns den Kalender natürlich auch anschauen. Kalender besagt. Folgendes. Southampton, Swansea, Reading, internationale Pause, Burnley, Everton, Watford, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Arsenal, Manchester United, West Ham. Kommt zum Schluss, glaube ich. Ja, und davor noch West, Bromwich. Und dazwischen halt FA Cup. Wo wir ja schon im Viertelfinale stehen und unser nächster Gegner erst ausgespielt werden muss. Nichtsdestotrotz ist es hier jetzt wichtig, gegen Southampton Punkte zu machen. Sie stehen klar über uns. Aber ich glaube, wir sind in keiner so schlechten Verfassung hier. Wir sind in einer, glaube ich, sogar guten Verfassung derzeit. Wir haben schon ein bisschen... So, jetzt mal ein bisschen Lockerheitsfaktor, auf dem wir Caballo-Cappetsch gar nicht mehr dabei sind. Der hat sich jetzt entschieden, der hat 20 geworden übrigens. Das heißt, wir haben jetzt nur mal den FA Cup, der Druck abzusteigen ist nicht mehr da. Also wir können da eigentlich Locker aufspielen. International nicht, aber im ersten Jahr ist okay für uns. Das ist okay für uns. So, dann hier. So, dann hier. About it. und doppelte Schaus hier in der B-Mannschaft haben es sich vorgemacht, ein Eckball, ein Standardtor das müssen wir echt üben, das mit den Standards als Geheimwaffe zu verwenden wir sehen uns 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 ein Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Halbzeit. Ja, das war jetzt keine spannende erste Halbzeit. Also keine Wow-Halbzeit. Aber beide kämpfen hier um diese Punkte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's, 1-1, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.